Hi Leute, wir sind Solo Orcasis. Und wie ihr anhand von unserem Titel sehen könnt, haben wir es geschafft, unter den 37 Teilnehmern des Julien's Blog Contest dabei zu sein. Yeah! Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Aber wie könnt ihr uns helfen? Hmm. Wir haben da eine Idee. Oh! 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 Alter, was machst du denn da für kranker Scheiß? Oh! Oh! Mann, mach doch lieber mal was anständiges. Was denn?! Du könntest zum Beispiel mal Solo Orcasis promoten. Ja, das! Na komm, ich zeig's da, du Idiot. Okay. So, das sind wirklich durchaus prächtige Tiere. Aber schließen wir den Mist jetzt erstmal. Aha. Du bist schon Facebook eingeloggt, Mr. Mephisto. Also, zoomen wir mal nach. So, la, oh. Oh. Käsis. Ah! Da ist es schon. Das ist unsere wunderschöne Facebook Fanpage. Jetzt brav auf Gefällt mir drücken. Dann zusätzlich noch ein Häkchen machen, weil Benachrichtigungen erhalten und zur Interessenlist hinzufügen. Und ab jetzt wirst du immer up to date bleiben. Und hier wirst du auch den Videolink finden. So. Und sogar dein relativ trostloses Profil sieht jetzt ein guuuutes Stück ansprechender aus. Ganz einfach, oder? Also seht euch das Video an. Und wenn es euch gefällt, wäre es schon ziemlich cool, wenn ihr es liken und vielleicht auch teilen würdet. Den Link zu unserem Video findet ihr hier. Einfach draufklicken und ihr werdet sofort weitergeleitet. Falls wir das Preisgeld gewinnen sollten, wäre es bei uns übrigens in sehr guten Händen. Denn wir würden es für die Musik nutzen. Wir produzieren, recorden, mixen und mastern hier echt alles selbst und könnten damit wirklich einen großen Qualitätsschub erreichen. Selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, die Nummer 1 zu werden, sind wir trotzdem dankbar für jeden Like, jeden Klick und für all eure Unterstützung, die ihr uns gebt. Zudem sei noch gesagt, all unsere Musik wird weiterhin kostenlos sein und euch immer frei zur Verfügung stehen. Und wir werden euch immer informieren über neue Songs und alles, was euch interessieren sollte. Und neue Lieder sind natürlich auch schon in der Wache und in den nächsten Monaten wird sehr wahrscheinlich noch einiges Cooles von uns folgen. So. So, aber was wird in naher Zukunft passieren? Wahrscheinlich werden zuerst Outtakes zu unserer Art of Falling Produktion folgen. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt für euch. Oh, jetzt... Oh, warte, ich krieg krampf. Ich krieg mich gleich tot. Ach ja, der Krampf kriegt, Alter. Ich kann nix an ändern. Was soll ich machen? In die Kamer... Du wolltest doch in die Kamera gucken, was... Das ist schon saugay. Oh, leck. Jetzt bin ich gefallen. Mach's aber drehen, richtig... Mua, ooooh. Hahahaha. 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 Des Weiteren arbeiten wir auch momentan an der Fertigstellung unseres, ähm, Akustik-Leads Art of Falling. Und hierzu auch ein kleines Sample. Und wenn uns eure Kommentare unter dem Art of Falling Video in irgendeiner Art und Weise belustigen sollten, werden wir wohl auch ein klassisches Kommentare-Kommentiere-Video raushauen. Und falls ihr noch Fragen an uns habt in irgendeiner Form, sind wir auch immer gerne dazu bereit, diese zu beantworten. Ja. So, was gibt es jetzt noch abschließend zu sagen? Außer vielleicht... Für uns war die Teilnahme an diesem Contest schon wirklich jetzt ein Sieg und wir sind gespannt, was ihr davon haltet. Wir sind wirklich gespannt, was für Feedback ihr da lassen werdet und über jegliche konstruktive Kritik sind wir ebenfalls erfreut. Ja, momentan sieht es ja leider nicht so prickelnd aus für ein Newcomer beim Julien's Block Contest. Aber wir werden uns nicht kampflos geschlagen geben und brauchen deshalb euren Support. Und wer weiß, vielleicht... Also könnt ihr es schaffen, nochmal ein bisschen Spannung in das ganze Teil reinzubringen. Es liegt an euch, ob es hier noch spannend wird oder so langweilig bleibt bis zum Schluss. Ob Green, Fortune und der Asiate schon die Sieger sind oder ob auch noch ein Newcomer auf den Thron steigen kann. Homosexuell. Das liegt an euch. Und vielleicht gelingt es uns, mit eurer Hilfe letztendlich vielleicht sogar mehr zu erreichen, als einfach nur ein bisschen zu supporten und die Top Ten zu kommen. Ja, krass, ne? Mhm. Ja, echt krass. Ende. Da. Ja.